Kein Feuer, das ist auch erfreulich. Aber Qualm. Haa. Ah, guck mal, da unten ist die Welt zu Ende. Haare geht die Karte nicht weiter. Ich habe den Verdacht, dass hier niemand mehr sein wird. Lied, Lied! Oh nein. Es war Lied, alles klar. Er war noch warm. At dem Moment, ein schreckliches Gefühl hat mich. Papi? Papi, bist du hier? Papi, es bin ich, Foster. Du erinnerst mich, Papi? Ja, bist du Mr. Leet's friend. Komm, wir müssen dich rauskommen. Herr Leet, er ist... Ich weiß, ich bin sorry. Kannst du mir sagen, was passiert? Leet sagte er, er würde auf die lustige Maske nehmen, um uns zu entfernen. Dann kam ein paar Leute, also ich schüttelte. Was sah die Leute? Die Leute in black, die mich in die Zeit genommen haben. Die Leute mit keinen Gesicht. Hör, Papi, ich habe etwas, was ich muss machen. Kannst du deinen Weg nach dem Monopod? Ich... Ich denke so. Schon wieder. Leet was dead. Aber seine Kudos-Planzen für Papi hat immer Sinn gemacht. All ich musste tun, war, um einen Weg zu finden, um alle Kinder-Kudos-Levels in der gleiche Weise zu verbinden. Oh, ja. Poor Leet. Error 465. Konnexion Error. Ich konnte nicht re-establishen Link mit dem User. Leet. Ja, das, äh... Hier ist noch ein Terminal. Ja, hier ist... Äh... Sagt da jemand Joy-Platine übertragen? Wollen wir das mal versuchen? Okay, Joey. Ich denke, es ist Zeit für ein Upgrade. Über Zeit? Was hast du in mir in der Meinung? Äh... Ja. Er. Robust? Bust. Exactly. It has rust. On its rust. Oh, yeah. So viele Rortsätze. At least give it a try. Okay. But be careful with my board. Don't worry, I'll be gentle. If I don't survive, tell Greta I love... Bad. Kein extra Geld für den Animateur. Kein extra Geld für den Animateur. Wow, that's my bad. Let's go. Come on. Let's move it. Out of here. Sure thing. Right behind you, Rob. Yep. I'm with you. Okay, we go. And watch where you're pointing that thing. Ja, aber wir sind doch noch gar nicht fertig. Wow, Foster. Finally. Some heavy machinery. It was another Handscanner. These things were beginning to make me nervous. Okay, noch, äh... Aha, eine Wandtafel. x geteilt durch 0 ist unendlich. Äh, das weiß ich nicht. Das weiß man nicht. Äh, mhm, ja. Sinus x. Sinus. E hoch x² ist e hoch 2x plus 3. Äh, x² ist 2x plus 3. Was? Da, äh, keine Ahnung. Hab jetzt keine Lust, das nachzuprüfen. Was? Was? Hast du jetzt einfach mal nachgerechnet? Ich hab jetzt noch mal nachgerechnet. Ähm. So, Link-Interface. Es war eine alte Link-Interface. Die Heidung der Intrusive-Technik. Ja, dann, äh, gib ihm, ne? Gib mir was, Zap! Das Ziel ist immer noch, rette die Kinder. Und wir sind wieder hier. Wir sind wieder nackt. Geil. Geil. Ihr hattet sehr wenig FPS. Konvertierer. Äh, kann ich irgendwas konvertieren? Geil. Geil. Ja. Geil. 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 Ja, okay, das kennen wir schon. Na, dann halt nicht. Dann Navigator, Kudos, Zuteilungssystem. Auf, auf! Aha. Du, hast dich wohl noch hochgeladen, was? Error. Check some invalid. Local interneural connection has been lost. Please unmount brain before disconnection to prevent data loss. Tja, das ist doof. Äh, wer ist das? Wer sind diese Leute? Administrator Zugriff durch... Ach, du Scheiße. Äh... Gut, ATS? Was? New. Ist gleich 1. Kann ich hier... Hä? Also, Long Service gibt 0. Das ist sehr toll. Bad ACTS minus 3. All Citizens mal 2. Criminals geteilt durch 2. Achso, das sollen wohl Good ACTS heißen. Und jetzt... Hier sind irgendwelche Pfeile. Hä? Ich verstehe das Spiel nicht. Also, das Minigame. Reden. Command, begin recording. Well, the system's just told me my body is in cardiac arrest. So, I guess security caught up with me. Command, upload recording async. If you're hearing this message, then I'm dead. Which, personally, sucks. This means that you need to step up, whoever you are. So listen carefully. There's a girl called Poppy. She's hiding at my place. Unfortunately, her kudos is too low to travel. You need to get her out of the city. Oh, and, uh... Delete my hard drives, eh? Leet was dead. But his kudos plan made sense. And I knew, if I could get Poppy out, then I could use the same trick for all the kids. Tja. Rechensymbol. Operanmodul. Also... Machen wir erstmal all citizens. Mal drei. All citizens. This category had their kudos tripled. Lucky them. Kudos zäder. This category had their kudos tripled. Yeah, okay. Lucky them. Uh, we got to... Citizens deemed to have committed criminal acts. This category now had their kudos halved. Good acts. Good acts. This category had one kudos level added to it. Citizens reported performing a good deed. Ist gleich ein. New citizens. This category had their kudos set to one. Better than nothing, I guess. Und, äh... Citizens with long service at their work. This category had nothing added to it. No effect. Und... Sinds reported performing a bad deed. Ja. I had to complete the panel before it would assess the result. Ähm... So zum Beispiel auf drei. Oder auf zwei. Und dann mal drei oder so. Hm. Die Kinder haben bereits YouTube. Also würde alle Bürger sie mit einschließen. Ja, okay. Das ist schon verdreifacht. Und... Und, ähm... Für schlechte Taten. Huch. Oh. Machen wir... This category gained two kudos levels. Plus zwei. Ja. Und, äh... Reicht das schon? Wahrscheinlich nicht, sonst wäre das Minispiel vorbei. Die verfügbaren Zahlen sind alle zu niedrig, um die Kudos die Schwelle übersteigen zu lassen. Vielleicht gibt es einen Weg, eine absurd hohe Zahl zu generieren. Oh. Ja. Wir brauchen durch. Wir brauchen null. Nee, da kann ich... Ach, komm schon. Und wir brauchen... Hier das durch drin. This category was reduced to a third of their Kudos. For them. Und hier brauchen wir... Null. This category was divided by zero. Infinity. They had infinite Kudos. If I was right, the kids would now be able to travel to the city walls. But the real unknown... How would the citizens react? The baseline citizen now had infinite Kudos. The kids could use the Monorail now. Command. Save changes. Change is saved. Beginning propagation to external servers. Da sind jetzt noch ein paar Löcher, aber ist ja auch eh alles egal. Errungenschaft freigeschneid. Gleichheit für alle. How did you do, Rob? I set the whole city's Kudos levels to infinity. Every citizen. So anyone can now travel anywhere. Including the kids? Yep. Orana should be able to get them to the city walls now. So, what are we waiting for? That looks kind of familiar. Wo sieht es das? A scrapped robot that looked past its prime. Ähm. Ich... Speichere mal wieder. Denn ich bezweifle, dass man uns jetzt einfach so wird gehen lassen. Gehen lassen wird. Whatever. So, zack, zack, zack. Einmal... ...wieder hier raus. Okay, Joey. Should be a straight shot back to the city. Wait! Nein. What is it, Foster? It's those same androids. Exactly like the ones that took Milo. They're here. We've got to find a way past them. I hope Poppy hadn't been caught. Also, was ist denn hinter dieser Tür? Nichts. Können wir da unten langlatschen? Wir haben auch bestimmt nicht unendlich Zeit, ne? Können wir durch den Ofenbrenner... Nein. Können wir uns an Joey dranhängen und da, äh, einfach... Barrikade. Die Barrikade hat von dieser Seite geprobt worden. Joey. Joey. Do you think your new shell could break down that Barrikade? I think he might be confusing my arm for a battering ram. Ah, okay. Guess not. Scheiße. Können wir... Nein. Können wir sich einfach aussitzen? Wo sind die Ficker? Joey? Joey. Ja, ja, ja. Ich gehe bei Joey Prime. Jetzt, Foster. Ja, ja, ja. Das wird nicht passieren. Marlon war ein Schuss. Ähm. Joey, was machen wir? Ich kann viele Dinge in dieser neuen Schale machen. Lass uns einen Trapp setzen. Alles klar. Ich kann nicht glauben, dass sie Lied töten. Es ist schrecklich. Er wird nicht der einzige. Ich dachte, wir hätten alles vor 10 Jahren gelesen. Das ist, was passiert, wenn Menschen versuchen, einen Androids-Job zu machen. Hm. Okay, der Plan. Erinnerst mich, was wir machen. Wir müssen einen Weg finden, nach den Androids. Ja. Sind die jetzt da drin, glücklich und zufrieden und wir können einfach da rauslatschen. Das wäre sehr einfach. Jimmys Schwarzgebrannter könnte sich durch seine Beschaffenheit als effektive Ablenkung erweisen. Ah, ich speichere mal wieder. Never mind me. Ähm. Ich bin sehr ruhig. Das Spiel hört mich bestimmt nicht, aber ich bin mal ruhig. So. Jimmys Schwarzgebranntes. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der Rest ist Spankelsdosen. Die. Nein. Öffnen. Gib mir etwas. Hm. Lecker. Und wir stehen voll drin. Sehr gut. Was hast du für diese Messung gemacht? Ich habe keine Idee. So, äh. Können wir jetzt diese angeblich explosive Spur anzünden? Offenbar nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es dann bringen soll. Gib mir etwas, um zu zappen. Ja, ja. Hier, das da. Zapp das mal. Das zündet sich dann bestimmt an. Oder halt auch nicht. Oh. Okay. Cool. Wir müssen ihn darauf ansprechen. Hey, Joey. Was ist es, Foster? Schwarzgebranntes. Ach, richtig? Ach, richtig? Komm schon, Joey. Wir müssen hier rauskommen. Ich bin schon wie eine Michelle. Die so, meh. Ah, nein. Jetzt passiert etwas. Okay, sehr schön. Warte, Foster. Ich höre etwas. Da. Der Locker. Papi. Die löslichen Männer kamen zurück, also ich habe hier nicht gehört. Sehr gut. Du hast es gut gemacht, Kind. Sie sind jetzt weg. Let's go, bevor sie zurückkommen. Ob wir wohl noch rechtzeitig wegkommen? Ja. Sehr schön. Die löschen Männer kamen zurück. Wenn die Leute herausfinden, dass sie alle die gleiche Kudos haben, dann wird es interessant sein. Ich bin nicht sicher, dass ich da sein will, wenn das passiert, Joey. Foster? Arana, Miss Pyramont. Du hast es geschafft. Well, natürlich haben wir es geschafft, Robert, darling. War es da überhaupt keine Angst? Aber wo sind die Kinder? Wo ist Milo? Nein. Das ist alles hier. Was du getan hast, wo es funktioniert, es funktioniert. Und wer ist dieses wunderbare little creature? Mein Name ist Poppy. Poppy. Graham rescued her. Kept her hidden in der Industrial level. Es ist okay, meine darling. Komm mit mir. Ich habe einen Freund ich glaube, du möchtest. Du möchtest. Bye, Joey. Just go. Es ist zu viel. So how did you do it? With a little help from Leet. He had it all figured out. He had found a way to increase someone's kudos levels inside Minos. But the Council's androids found him first. They killed him? Yes. But I managed to finish what he started. Well, you're not finished yet. Come with me. Joey, I need you to stay on guard here. Anything looks unfriendly, zap it. Great. I've been dying to test this thing for real. Okay. Ah, wo sind wir hier? Ah, das ist der Transporteingang. So, was ist denn das mit dem? Kids are all inside. It's a bit cramped. But it'll do. I recognize this truck. Ah. He 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 he. Special delivery. Next stop, The Gap. Wendell? I thought I smelled something familiar. I hope you mean the Age to Perfection Mini Ks. Where's Milo? Milo? Milo's riding up front. Ah, yes. With the vegetarians. Milo. I knew you'd come for me. How are you feeling? A bit dizzy. Horrible things. Whirling around my head. Strange memories. I thought they were good. But now I think... They were bad. Don't worry. They'll pass in a day or two. You're going to be fine. Am I going home now? You are, Milo. Home to your parents. Your family. Now, you go with the nice people. I'll be right behind you. Ladies. We're just about strapped up. Let's get those gates open and I'll hit the gas. Foster, any idea how to get these gates open? Whatever I did in Minos must have put the city into lockdown. I'll find a way to override the controls. Oh, okay. But don't take your time. Ah. Wir wollen in diese Richtung fahren. Ähm. Hey, Joey. Hast du irgendwelche schlauen Ideen? Aufzug. Aha. Okay. Nein. Nicht verwerfen. Anwenden. Aufzug rufen. Ja. Ja, jetzt. Danke sehr. Ähm. Achso. Spiel speichern geht gerade nicht. Was ist hier? Man weiß es nicht so genau. Okay. Hier ist nichts. Dann gehen wir wohl da rein. Kann ich jetzt speichern? Nein. Außentür. Verlassen. Warum bringen wir die Kinder nicht hier raus? Oh. Zu. Ah. Das kenn ich doch, diesen Ort. Es ist dunkel geworden. Ah. Ah. Okay. Hier geht es auf einmal runter. Das war aber vorher noch nicht da. Und ich bin ziemlich sicher. Ach nee. Es geht nicht runter. Es geht ruhig hier rein. Oh wow. Oh wow. Aber das emergency escape nur von der anderen Seite. Dann habe ich Alonso gesehen. Er hatte eine Schreie. Und er sah es auf... Songbird. Ich musste finden, eine Weg zu helfen. Ich musste sie finden. Ich musste sie finden. Ich musste sie finden.